Erlauben Sie, dass ich mich setze? Aber ich bitte doch, bitte, bitte mit gesetzten Herren spreche ich am liebsten. Was haben Sie? Vielleicht sitzen Sie auf meinem Platz besser. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Und wir haben bei ihm eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gehabt hätten. Aha. Peng, peng, tue, lug. Tue. Tue. Tue.